Hallo, schönen guten Tag, mein Berat ist die Frau Bauer. Sprechen wir mit dem Herr Rakesch. Ja, ich melde mich ja von Burda, dem Versicherungsvermittler der ErgoDirect. Also Sie wollten sich ja vor einiger Zeit mal unverbindlich informieren, wie man sich absichern kann, wenn es um Zahnersatz oder Zahnerhalt geht. Ja, richtig. Genau, da die gesetzlichen Krankenhassen leider immer weniger Leistungen übernehmen beim Zahnarzt. Und ErgoDirect ist also Testsieger, hat Top-Tarif ohne Wartezeit. Wenn Sie mir auch verraten, wie jung Sie sind, kann ich Ihnen gerne unverbindlich den passenden Tarif vorstellen. Ja, das ist 19.09.1979. Sind Sie geboren? Ja, bitte. Ja, haben Sie schon auch Zahnersatz oder sind Sie noch Ihre eigene Zähne? Ja, ich kann eine Ersatzung haben. Was haben Sie? Ersatzzahnung, Implantation. Achso, und sind Sie auch gesetzlich krankenversichert? Ja, natürlich, das muss man ja haben. Genau, so ist das. Und wie oft gehen Sie denn also zur Kontrolle? Eins- oder zweimal im Jahr? Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Striegliste machen, aber immer Probleme und immer bei Doktor Laufen. Achso, und was haben Sie beim Zahnersatz? Implantation. Achso, da hat natürlich also Ergodirect, also ein Top-Tarif beim Zahnersatz-Premium, in diesem Tarif gewährleistet Ihnen 90% für Implantate. Und ja, 90% und hochwertigen Zahnersatz, zum Beispiel Keramikruhen oder Brücken übernommen werden und 100% für Zahnersatz bei Regelversorgung. Natürlich wird der Festzuschuss von der Krankenkasse immer mit eingerechnet. Ja, wie ist das mit den Brücken? Muss man da, wenn man da runterfällt, bekommt man Ersetzung machen? Ja. Und das ist, wenn ich von Treppe falle, dann auch, oder nur, wenn man von Brücken runterfällt? Genau. Das wird übernommen. Aber übernommen mit dem Hauptaugenmerk auf den Brücken. Das heißt, wenn ich Unfall habe, mit Auto bei Brücken runterfahre, dann die bezahlen. Genau, genau, alles. Das heißt also, bei einer Rechnung von 1000 Euro, Sie haben also nur 100 Euro Selbstbeteiligung. Sie sind doch auch 30 Jahre alt. Ja, bis hin. Genau, und der monatliche Beitrag ist also 17 Euro. 17 Euro. Und dann kann ich bei den Brücken fahren. Ja, das kann ich. Sehr gut, sehr gut. Ja, und Sie haben auch Vorteile bei Ergo Direkt. Ja, bitte. Also keine Wartezeiten. Ab dem ersten Tag sind Sie sofort versichert. Ja. Haben auch weltweiten Versicherungsschutz. Okay. Keine Gesundheitsfragen und keine Vertragslaufzeit. Jederzeit monatlich kündbar. Okay. Also kann ich sagen, will ich gar nichts haben und dann gleich loswerden. Das ist sehr gut. Genau, genau. So ist das. Und Sie werden gleich bezahlt machen, wenn Sie heute Morgen bei Brücken fallen und dann gleich Bezahlung machen? Genau. Und was ist, wenn wir bei Balkon fallen, dann auch oder nur bei Brücken? Ist doch egal. Ja, weil Sie haben ja gesagt, das ist wirklich Brücken. Das ist ja sehr wichtig. Also was haben Sie genau? Äh, die Brücken. Möchten Sie versichert machen? Ja. Äh, welche denn Reinholde Brücke oder den Erharde Brücke? Bei, äh, bei Straße oben, bei Bahnhof, den Brücke? Ja, ich meine im Mund. Herr Dalsim. Wieso meinen Sie? Also ich meine ja, es geht über die Zähne. Was haben Sie? Es geht über, also Zahnzusatzversicherung. Ja. Also, ja, Sie haben ja doch gesagt, haben Sie noch Ihre eigenen Zähne? Nein. Oder? Aber Sie haben doch Implantate, oder? Ja, ja, richtig. Okay, aber haben Sie auch, also Brücken, Kronen, noch? Nein, alles die Implantierung machen. Okay, dann in Ordnung. Ja. Soweit, wie ich Ihnen gesagt habe, also Zahnersatzpremium, also diesen Tarif gewährleistet Ihnen 90% für Implantate und hochwertigen Zahnzusatzkeramikronen oder Brücken übernommen werden. Das heißt, der monatliche Beitrag ist 17 Euro. Ja, ich habe das ja verstanden. Sie haben das ja schon dreimal vorgelesen. Genau. Und ab Eintritt haben Sie gleich auch die 250 Euro zur Verfügung und genießen den Status Privatpatient. Was heißt 250? Sie haben doch 90% sagen, oder 250? Das geht natürlich über die Leistungen. Wie bitte? Leistungen. Ja, was für Leistung? Also, je Tarifbaustein, Person und Versicherungsjahr maximal 250 Euro. Was Sie auch nicht verbrauchen, nehmen Sie natürlich in vollen Jahren mit. Somit ergibt sich für Sie die ersten vier Versicherungsjahre zusammen maximal 1.000 Euro. Und ab dem fünften Jahr gibt es keine Begrenzung. Und bei einem Unfall zahlt ergo direkt Versicherungen die Tarifleistung in voller Höhe. Jetzt haben Sie mir zwei völlig verschiedenen Sachen sagen. Also, sagen Sie, er ist die Minute voll geschützt und jetzt ist es erst nach fünf Jahren. Ja, das sind die Leistungen. Ja, das müssen Sie mir doch vorher sagen. Ja, ich sage Ihnen natürlich, also wie der Ablauf wäre. Ja. Ja, also, da ergo direkt ist der Direktversicherer. Wir, die Aufträge, wir telefonieren, deswegen sind die Beiträge auch so günstiger. Und von mir bekommen Sie Namen, Telefonnummer. Sie haben also immer einen persönlichen Ansprechpartner. Ja, können Sie mir bitte einen Gefallen tun? Ja. Können Sie aufhören, immer Text vorzulesen und selber sprechen? Ja, sag ich, ja, ich, ich, ich mach das also. Ja, weil Sie immer genau die gleichen Worte benutzen und man kann hören, wie Sie mit Augen bei Bildschirm langgehen und Text ablesen von Skript bei Callcenter. Nein, also ich melde mich ja so von Boda, den direkt, wir sind natürlich direkt versichert von Elgodirekt, also Sie haben sich wirklich... Ja. Wo ist Ihre Callcenter? In welcher Stadt ist das? Also ich melde mich ja natürlich von Offenburg. Von Offenburg? Oh Gott, ich habe bei Nachrichten hören, ganz schlimm Kriminalität machen. Also das weiß ich nicht. Na, wenn Sie da wohnen, dann müssen Sie das wissen. Ja. Ja, wie heißt denn... Ich arbeite nicht zu viel, deswegen. Sie arbeite nicht zu viel? Okay, da tut mir sehr leid. Also Sie können natürlich auch auf der Seite hingehen, also www.boda-versicherungen.de, da werden Sie natürlich alle Tarife von Elgodirekt auch finden. Ja, aber ich kann nicht in Deutsch lesen. Können Sie mir bitte vorlesen, weil Sie können so schön vorlesen. Haben Sie da etwas zum Schreiben? Ja, können Sie bitte auf Indisch schreiben? Nein. Okay. Können Sie bitte sagen? Also www.boda-versicherungen.de, da habe ich verstanden. Aber Ihre Seite ist doch auf Deutsch geschrieben und ich kann nicht Deutsch lesen. Ja, wie soll ich das auch machen? Ich kann doch gar nicht Indisch. Ja, aber Sie können mir vorlesen, dann kann ich versteht machen, weil ich kann sprechen, aber nicht lesen. Haben Sie auch nur Zahngesickerungen oder auch für den Unfall machen? Genau, alles, alles ist dabei auf der Seite. Ist das dann, was Sie mir geben wollen, ist das nur für den Zahn oder auch für den Unfall machen? Also Sie können natürlich auf der Seite, also ergo direkt. Ja, ich habe es jetzt dreimal gesagt, ich kann Deutsch nicht lesen, da brauche ich auch nicht bei der Internetseite drauf gucken. Ja, das weiß ich nicht, also wie wir natürlich auch weiter kommen. Ja, Sie können mir doch einfach helfen, können Sie mir vorlesen. Also dafür habe ich keine Zeit. Ja, aber Sie sind doch von der Beratung. Ja, aber für die Zahnzusatzversicherung, nicht für die Unfallversicherung. Ja, wie geht die Zähnen? Was ist, wenn ich aber einen Unfall habe? Werden die dann auch bezahlen? Ja, natürlich, also das habe ich Ihnen doch gesagt. Das wird natürlich auch bei einer Unfallzahl ergo direkt, also die Tarifleistung in voller Höhe. Ja, und was ist, wenn wir das bei Freizeit machen, bei Sport? Ist das gleiche? Ja, weil... Ist doch ein Unfall. Naja, nicht wirklich, weil ich bin ja eigentlich selber schuld, wenn was passiert. Ist doch egal. Ja, weil wir machen in Indien, machen wir immer Pitbull-Kampf und da habe ich meinen Zähnen verloren. Und jetzt, wenn wir wieder machen und die Zähne kaputt machen, dann den Finanz bezahlen. Ja, wechseln Sie den Sport. Aber warum? Gehen Sie schwimmen. Ja, das machen wir hinterher immer, zur Abkühlung. Ja. Ja. Okay, dann in Ordnung. Dann kann ich nur sagen, von meiner Seite wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, hallo. Ich wollte doch die Versicherung haben. Oder ist das nicht mit Pitbull-Kampf und den Bären? Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, das ist doch das Gleiche. Ja, ich möchte das ja bitte machen. Also egal, 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 welche von Art ein Unfall passiert, übernimmt die Ergo direkt die Versicherung, die Tarifleistung in voller Höhe. Ja, schön vorgelesen. Ist das auch für meine Frau? Das Gleiche. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Nein, warte doch. Nein, warte doch. Hallo, ich will das doch machen. Nein, warte doch. Nein, warte doch.